Willkommen in der Klasse 5. Zurzeit sind nicht viele da. Über Handy- und Videokonferenzen können sich die Kinder in Quarantäne dennoch informieren und am Unterricht teilnehmen. So fühlen die Kinder zu Hause sich nicht zu einsam und verpassen wenig Lernstoff. Jetzt sind alle aus der Quarantäne zurückgekehrt. Darüber freuen wir uns sehr. Nun ist mehr Leben und Action im Klassenraum, denn zusammen macht das Lernen mehr Spaß. Gemeinsam sind wir ein Team. Untertitelung des ZDF, 2020